Kennen Sie den schon? Die USA macht die Software, China macht die Hardware und Europa macht den Datenschutz. Kein Witz, Europa ist eine Regulierungsmacht und setzt die Standards für die ganze Welt. Die Wertschöpfung findet aber immer öfter anderswo statt. Herzlich willkommen zu Lookout Außenwirtschaft Staffel Europa Folge 2. Ja, wie kommen wir dann wieder auf die Überholspur? Die Antwort lautet Europa muss sich rechnen. So heißt jedenfalls das neue Buch des Ökonomen und Leiters des WIFO-Institutes. Es ist erschienen im Brandstädter Verlag. Herzlich willkommen Herr Professor Gabriel Felbermayr. Hallo. Und mit ihm gemeinsam diskutiert heute Mariana Kühnel. Sie ist Generalsekretär Stellvertreterin in der Wirtschaftskammer Österreich. Schön, dass du da bist Mariana. Danke für die Einladung. Herr Felbermayr, Sie stellen Ihrem Buch ein Zitat voran in Anlehnung an Heinrich Heine. Denke ich an Europa in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Wie gut schlafen Sie denn derzeit? Ja, ich schlafe eigentlich ganz gut, aber es ist schon so, dass wir eigentlich wissen, was wir von Europa brauchen. Wir brauchen mehr Integration, wir brauchen einen Binnenmarkt, der funktioniert. Wir müssen Dinge, die halb bisher fertig gemacht worden sind, wirklich zu Ende bringen. Das beginnt mit der Währungsunion, geht zum Schengen-Abkommen. Wir haben viele Themen, von denen wir eigentlich von der Wissenschaft her, von der Empirie her, von der Praxis der Unternehmen her, wissen, was geschehen muss. Es passiert aber nicht. Wir haben immer noch 27 Länder, die sich sozusagen argwöhnisch belauern. Eine Strommarktunion haben wir nicht, eine Energiemarktunion haben wir nicht, eine Kapitalmarktunion haben wir nicht. Und das kann einen dann schon ein bisschen um den Schlaf bringen, weil die große, weite Welt sich verändert hat. Wir sehr viel mehr Wettbewerb haben, auch die großen Weltmächte nicht mehr so freundlich sind, nicht nur die Chinesen nicht, auch die Amerikaner nicht. Und wenn man nach Indien schaut, in die Türkei schaut, das heißt, wir müssen uns einfach sehr viel mehr um das Europa kümmern. Und was mich da doch sehr in Sorge versetzt, ist, dass wenig über Europa gesprochen wird und dass wir in Europa oft Dinge verfolgen, die diesem Ziel der Stärkung Europas als Wirtschaftsstandort nicht nur nicht helfen, sondern dieses Ziel auch kontrakarieren. Gut, dem wollen wir jetzt abhelfen, dass zu wenig über Europa gesprochen wird. Wenn diese Staffel Lookout Außenwirtschaft richtet, widmet sich ja genau diesem Thema. Wir widmen uns jetzt eine ganze Staffel lang dem Wirtschaftsstandort Europa. Marianna, du verantwortest eben in Generalsekretariat der WKÖ genau diese Agenden, die EU-Agenten und hast im Laufe deiner Karriere schon zweimal in Brüssel gelebt und im Europäischen Parlament gearbeitet. Wenn du zurückdenkst an diese Zeit, welches Bild kommt dir da in den Sinn? Ich bin glühende Europäerin, sowohl durch mein Erasmus-Semester in Brüssel. Ich habe dann in Brüge internationale Beziehungen und Diplomatie studiert und habe dann jahrelang im Europäischen Parlament gearbeitet. Und für mich ist Brüssel ein unglaublich pulsierendes Herz der Stadt. In jeder Gasse eine Überraschung. Viele unterschiedliche Perspektiven, viele unterschiedliche Menschen, sehr regional, aber dann doch global. Und dafür steht für mich Europa auch. Wir haben eine Europäische Union mit vielen unterschiedlichen Ländern, die sich aber committed haben, an einem großen Europa zu arbeiten. Und das sieht man in Brüssel. Das spürt man in Brüssel. Man kann unterschiedlich essen, man kann unterschiedlich trinken, aber unterm Strich arbeiten wir alle an einem starken Europa. Und diese glühende Europäerin habe ich mir mitgenommen. Und für den Wirtschaftsstandort Österreich ist dieses glühende Europa auch das Um und Auf, weil wir verdienen sechs von zehn Euro im Ausland als österreichische Wirtschaft und davon 70 Prozent in der Europäischen Union. Das heißt, der Binnenmarkt ist unser Heimatmarkt. Den gilt es zu stärken, so wie Sie sagen. Da sind wir sicher noch nicht am Ende. Aber da müssen wir gemeinsam daran arbeiten. Du hast jetzt schon zwei Zahlen genannt, die belegen, dass sich Europa für Österreich seit dem EU-Beitritt 1995 Jahr gerechnet hat. Ich habe noch zwei weitere rausgesucht. Österreichs Wirtschaft ist im Schnitt pro Jahr um 0,7 Prozent stärker gewachsen, als dies außerhalb der Union der Fall gewesen wäre. Und die Exportquote hat sich von 33,5 Prozent auf 62 Prozent fast verdoppelt. Also für Österreich hat sich der EU-Beitritt jedenfalls gerechnet. Aber damit das so bleibt, Herr Professor Felbermayr, schreiben Sie in Ihrem Buch, die EU solle sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren und das, was sie tut, besser machen. Nur so findet sie im Inneren ausreichend Zustimmung und nach außen Gehör. Wir haben jetzt schon gehört, Binnenmarkt. Welche Kernkompetenzen wären das noch, wo Sie sagen, da muss die EU sich darauf konzentrieren und den Rest lieber weglassen? Eine ganz wichtige Innovation, die wir, glaube ich, in Europa brauchen, ist, dass wir uns um sogenannte europäische Gemeinschaftsgüter kümmern, und zwar auf europäischer Ebene. Man braucht nämlich nicht nur Regulierung und Forderungen und Gesetze, sondern man braucht auch manchmal ganz widere Infrastruktur. Also wenn wir eine Strommarktunion haben wollen, dann brauchen wir auch die Leitungskapazitäten vom Nordkap bis nach Sizilien und von Lissabon bis nach Bukarest. Wenn wir in Europa leben wollen ohne CO2-Emissionen, dann brauchen wir ein leistungsfähiges Hochgeschwindigkeitsbahnnetz. Und nicht nur Fragmente irgendwo, ein bisschen in Deutschland, ein bisschen zwischen Linz und Wien und ein bisschen zwischen Paris und Lyon. Also wir müssen diese öffentlichen europäischen Güter, diese Gemeinschaftsgüter in das Zentrum stellen. Und das heißt, man muss in Europa auch investieren. Europa muss diese Dinge nicht nur kofinanzieren und die Mitgliedstaaten bitten, ein bisschen was zu machen, sondern man muss aus Europa heraus diese öffentlichen Güter zur Verfügung stellen. Denn ohne diese Hardware funktioniert die europäische Software nicht. Damit meine ich eben die Regeln und die Institutionen. Das kostet Geld. In dem Buch beschreiben Sie das ganz schön, dass zum Beispiel, wenn Deutschland bis an seine östliche Grenze eine Autobahn baut, aber Polen, die nicht auch in Richtung Westen baut, dann hat man eigentlich nichts von dieser Autobahn, weil dann bleibt man halt irgendwo an der Grenze stehen und muss dann auf einer kleinen Landstraße weiterfahren. Es ist ja nicht nur so, dass das den Polen und den Deutschen nutzt, sondern es hat eben einen europäischen Mehrwert. Das ist für uns, die wir in der Mitte Europas liegen. Wir haben acht Nachbarländer. Es gibt kaum Länder, die so viele Nachbarländer haben. Ich glaube, China hat 14 und Russland. Also das kleine Österreich hat so viele Nachbarländer, mit denen müssen wir sozusagen eine gute Infrastruktur haben. Wir haben jetzt aktuell in Österreich ungefähr 10, 15 Prozent höhere Großhandelspreise für Strom als in Deutschland. Das hat was damit zu tun, dass die Infrastruktur nicht gut ausgebaut ist für die Stromleitungen, aber nicht an der deutsch-österreichischen Grenze, sondern es sind die Durchleitungskapazitäten von Norddeutschland nach Süddeutschland, die das Problem darstellen. Das heißt, wir sind in Österreich, damit wir wettbewerbsfähig sein können, damit bei uns der Strom einen guten Preis hat, darauf angewiesen, dass ganz anderswo in Europa die Infrastruktur stimmt. Und das gilt für die Stromtrassen, das gilt in Zukunft auch für die Gaspipelines, die hoffentlich irgendwann mal grünen Wasserstoff transportieren sollen. Das gilt für die Daten-Highways, die immer wichtiger werden. Das gilt auch für die Schiene und es gilt natürlich auch nach wie vor für die Straße. Deswegen sind das Dinge, die man gemeinschaftlich erbringen soll. Aber das ist nicht das Einzige. Ich würde auch sagen, dass die Sicherung Europas nach außen, und damit meine ich nicht nur die wirtschaftliche Sicherung, sondern auch der Schutz vor Terrorismus, der Schutz vor militärischer Bedrohung, dass auch der stärker als Gemeinschaftsgut gesehen werden muss. Damit reden wir auch gar nicht von einer Verteidigungsunion, sondern wir müssen die Schengen-Grenzen wirklich gemeinsam sichern. Ich glaube, da hat auch die österreichische Bundesregierung immer wieder gezeigt, dass das ernst ist. Aber das wäre ganz zentral und auch das muss man aus Europa heraus finanzieren. Sonst bekommt man die Zustimmung der Orbans und der anderen Länder an der Grenze nicht. Es muss sozusagen wirklich auch finanzielle Anreize geben. Und der dritte Punkt, wo man auch gemeinsam stärker denken muss, unser wirtschaftliches Wohlergehen in der Zukunft hängt massiv davon ab, wie innovationsfähig wir sind. Und das wiederum hängt massiv davon ab, wie gut sind wir dabei, Forschung und Entwicklung zu betreiben. Und da verzwergen wir uns in Europa. Wir bräuchten sowas wie eine TU Europa, ein Netzwerk von Hochschulen und Universitäten, das auch zentral finanziert wird und vor allem als zentrale Marke gesehen wird. Wir haben viele tolle Universitäten, aber die sind alle klein und im internationalen Wettbewerb nicht sichtbar. Im Kampf um die Talente ist die Sichtbarkeit aber wichtig. Deswegen könnte man auch da sagen, im Bereich F&E, im Bereich Universitäten und Spitzenforschung sehr viel mehr Europa vertragen. Wenn man sich das Budget heute anschaut, weniger als ein Prozent des BIP, gehen Promillchen der europäischen Wirtschaftsleistung, gehen in grenzüberschreitende Infrastruktur, Promillchen gehen in die Horizon Europe-Projekte für die Forschung. Das ist alles so klein, dass wenn man sich anschaut, was die Amerikaner tun und die Chinesen tun, da wird man dann tatsächlich um den Schlaf gebracht. Fangen wir mal beim Binnenmarkt an. Der hat 2023 sein 30-jähriges Bestehen gefeiert und gewährleistet den freien Waren, Dienstleistungspersonen und Kapitalverkehr. Das funktioniert gut, sonst wäre es ja nicht so eine Erfolgsgeschichte Europa, aber nicht so gut, wie es sollte. Was müssen wir tun, um deiner Meinung nach den Binnenmarkt in Schwung zu halten, Marianne? In Summe ist der Binnenmarkt ein Erfolgsbeispiel. Wir feiern jetzt 30 Jahre. Die österreichische Wirtschaft lebt vom europäischen Binnenmarkt. Wir haben gesehen, was es heißt, wenn der Binnenmarkt wirklich nicht funktioniert während Covid, wenn dann LKWs an der Grenze gehangen sind und quasi die Waren nicht in die Produktion geliefert werden konnten. Wir haben gesehen, wenn Arbeitskräfte an den Grenzen hängen und nicht in ihre Arbeitsstätte kommen können, das verstehe ich unter der Binnenmarkt funktioniert nicht. Das, was wir sehen, ist, dass er ab und zu hakt und dass wir ihn vor allem tatsächlich vollenden müssen. Wir haben wesentliche Schritte in diesen Grundfreiheiten gesetzt. Der Warenverkehr funktioniert ganz gut. Der Dienstleistungsverkehr gibt es immer wieder Themen und was sicher noch massiv ausgebaut werden muss, beziehungsweise eigentlich erst begonnen werden muss, ist die Kapitalmarktunion. Wir haben kein Kapital in Europa. Der größte Kapitalmarkt ist durch den Brexit mittlerweile außerhalb der Europäischen Union und das spielt auch in das ganze Thema Innovation hinein. Darf ich kurz unterbrechen? Was ist, für die, die sich nicht so gut auskennen, Kapitalmarktunion? Was kann man sich darunter vorstellen? Wie würde das funktionieren? Was gibt es dann, was es jetzt noch nicht gibt? Wir haben zum Beispiel kein gemeinsames Insolvenzrecht. Und wenn es kein gemeinsames Insolvenzrecht gibt, dann muss sich jeder, der Geld herleiht, jede Bank, aber auch jeder andere Gläubiger überlegen, was dieser Kreditvertrag genau bedeutet. In 27 unterschiedlichen Kreditmärkten sozusagen. Wir haben 27 Finanzplätze. Wir haben keine Börse Europa. Und das bedeutet, dass es sozusagen für Investoren schwierig ist. Wir haben zwar zwischen den allermeisten Mitgliedsländern der Europäischen Union Doppelbesteuerungsabkommen, aber die funktionieren sehr häufig sehr schlecht, weil die Steuern gerade auch auf Finanzprodukte nicht harmonisiert sind. Wenn Sie zum Beispiel als Österreicher in französische Aktien investieren, dann wird in Frankreich eine Quellensteuer abgezogen und die kriegen Sie de facto in Österreich nicht wieder. Nur mit enormen Anstrengungen. Das bedeutet aber, dass man als Österreicher sagt, na gut, in die KAC Carant, in die französische Blutschips kann ich nicht investieren. Man sieht auch, dass das so eine große Anstrengung bedarf, dass nationale Egoismen überwunden werden müssen, weil nicht mehr jede Kapitale, jede Hauptstadt in Europa eine eigene große Börse haben kann. Man wird sich auch über Harmonisierung Gedanken machen müssen. Da geht es um Steuerrecht. Steuern sind bisher ja nicht europäisiert. Auch das ist schwierig. Der Ruf nach Kapitalmarktunion, der ist extrem wichtig. Und es ist auch ein unglaubliches Thema der Finanzbildung. Die Österreicher oder auch die Europäer haben massives Geld auf den Sparbüchern. Da sind die Zinsen überschaubar, wie wir alle wissen. Darum gehen dann österreichische und deutsche, europäische Jungunternehmen, nachdem sie hier gegründet wurden. Oft auch mit viel Unterstützung seitens der Regierungen, auch der Kammern. Da gibt es ein Ökosystem, das eigentlich funktioniert. Die Startup 10 in Europa, die ist gar nicht so schlecht. Aber wenn es dann darum geht, das Geschäftsmodell auszurollen, zu vergrößern, dann gehen zu viele dieser Startups in die große weite Welt. Hinter all diesen Dingen steht die Verzwergung im Kapitalmarkt. Aber nicht nur. Das sind auch andere Elemente am Binnenmarkt, wo man auch sagen muss, das ist nicht perfekt. Im Vergleich zu den USA haben wir eine lächerlich kleine Mobilität von Arbeitskräften innerhalb Europas. Ja, wir haben natürlich viele EU-Bürger, die bei uns in Österreich arbeiten. Und es gibt viele Österreicherinnen, Österreicher, die in Deutschland zum Beispiel sind, weiß ich aus eigener Erfahrung. Da ist man nie allein in einer deutschen Stadt als Österreicher. Aber im Vergleich zu dem, was integrierte Wirtschaftsräume an Mobilität von Arbeitskräften haben, zum Beispiel eben die USA oder immer mehr auch China. Im Vergleich dazu haben wir in Europa kaum eine nennenswerte Mobilität von Arbeitskräften. Und das gilt nicht nur für Arbeitskräfte, das gilt für viele andere Dinge auch. Mobilität sozusagen von Dienstleistern übergrenzt. Das haben wir in den letzten Jahren sogar nochmal erschwert. Da gibt es auch ein Stichwort, die Inzendi-Richtlinie, die das Erbringen von Dienstleistungen im EU-Ausland für EU-Unternehmen schwieriger gemacht hat, bürokratischer gemacht hat. Sie haben das Stichwort Regulierung genannt. Als gelernte Europäerin fällt mir dann gleich das Stichwort Bürokratie ein oder auch überbordende Bürokratie. Der Bürokratieabbau lässt immer noch auf sich warten. Warum ist das so? Ich würde zunächst einmal sagen, bevor ich Ihre Frage beantworte, es ist nicht mehr nicht abgebaut worden, es ist massiv schlimmer geworden. Die Umsetzung zum Beispiel der Lieferketten-Richtlinie, nationales Gesetz, die wird massive bürokratische Lasten hervorbringen. Also es ist nicht Kürzung, sondern es ist Aufwuchs bei der Bürokratie. Ich glaube, das muss tatsächlich Chefsache sein. Da hat die Frau von der Leyen schon recht gehabt. Aber man muss es dann auch in der Kommission institutionell verankern. Vielleicht braucht man einen Kommissar für Smart Regulation. Ich will gar nicht sagen Deregulierung, weil Regulierung brauchen wir. Aber Regulierung muss klug gemacht sein. Sie muss eben die Kosten für die Unternehmen, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger möglichst minimal halten. Das kann man. Es gibt ja immer auch verschiedenste Vorschläge, eben auch zum Thema Lieferkettenregulierung, dass man nicht bilateral, also jede Lieferbeziehung überwacht, sondern die Lieferanten. Kurz mal unterbrechen, dass wir kurz das EU-Lieferketten-Gesetz nochmal erklären, weil das erkennt auch noch nicht jeder. Künftig müssen Unternehmen sicherstellen, dass all ihre Lieferanten unter sozial, fairen und umweltfreundlichen Bedingungen produzieren, egal wo auf der Welt. Das heißt, sie müssen theoretisch eigentlich die gesamte Lieferkette überprüfen, die ja sehr weitreichend ist. Manchmal, weil einzelne Komponenten eines Produkts, eins wird in Taiwan hergestellt, eins in China und eins vielleicht in Angola. Und das müsste ich dann alles überprüfen. Marianna, was wird das für die heimischen Unternehmen in der Praxis bedeuten? Zusätzliche Bürokratie, das war das Stichwort. Bei den Lieferketten ist es ein Drama, wenn ich das so sagen darf. Wir haben gute Beispiele, wie zum Beispiel in einem österreichischen Multivitaminsaft gibt es 25 Zutaten, saisonal abhängig aus 27 Ländern. Das heißt, der Produzent in Österreich muss in 27 Ländern sicherstellen und beweisen können, dass der Apfel, die Orange und die Birne menschenrechtskonform geerntet wurden. Inwiefern das auf die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union einzahlt, ist ein großes Fragezeichen. Das heißt, wir reden gerade bei der Lieferkette von einer unglaublichen bürokratischen Last, die vor allem für KMUs natürlich ein großes Thema ist, weil der Großkonzern, der hat vielleicht noch eine Abteilung, aber das KMU mit ein paar Mitarbeitern hat sicher keine Abteilung, die sich um Menschenrechtskonformität der Ernteprozesse kümmern kann. Wir haben hohe Energiepreise, wie Sie schon gesagt haben, wir haben einen massiven Fachkräftemangel, wir mindern unsere Wettbewerbsfähigkeit, weil natürlich auch eine Lieferkette und zusätzliche Bürokratie auch ein zusätzlicher Kostentreiber ist und wir sind qualitativ ganz gut in Europa, aber wir können einfach nicht teurer sein wie alle anderen, weil dann wird irgendwann unsere Produkte und Dienstleistungen niemand mehr haben wollen. Und es ist ja jetzt niemand gegen Menschenrechte, es ist natürlich auch niemand gegen umweltfreundliche Produktion in aller Welt. Was gibt es da für andere Lösungen, wie man das bewerkstelligen könnte oder auch das Gesetz anders schreiben hätte können? Wenn es uns um Umweltstandards geht, zum Beispiel, wir brauchen mehr Freihandel, wir brauchen mehr Abkommen mit der Welt als Europäische Union, weil in diesen Freihandelsabkommen natürlich die Möglichkeit besteht, mit unseren Handelspartnern sich auf Regeln zu einigen, die uns helfen könnten. Das heißt, aus meiner Perspektive ist Freihandel und Freihandelsabkommen eine pragmatischere Lösung als jede Lieferkette aufs Detail zu überprüfen. Ich bin großer Fan von Freihandelsabkommen, vielleicht können wir das noch vertiefen und da haben wir, glaube ich, sehr viele To-dos, auch in Österreich. Aber beim Lieferkettengesetz gäbe es eine ganz einfache Lösung, finde ich, nämlich, dass man nicht die einzelnen Beziehungen einer Überprüfung unterziehen muss, sondern den Lieferanten. Denn die Orangenplantage in Florida, die beliefert ja nicht nur den österreichischen Getränkehersteller, die hat möglicherweise in Europa 100 Kunden. Und wenn die 100 Kunden jeweils für sich einzeln den Produzenten in Florida überprüfen müssen, ist das hundertmal teurer, als wenn man diesen einen Lieferanten in Florida zertifiziert. Und der darf dann in ganz Europa liefern. Der darf dann überall liefern und dann erliescht sozusagen für solche zertifizierten Zulieferer die Sorgfaltspflicht der heimischen Einkäufer. Mit einem Zertifikate-Modell wäre man sehr viel günstiger unterwegs und es wäre am Ende wahrscheinlich auch effektiver, weil das nicht nur für die europäischen Einkäufer dann etwas wäre, das taugt, sondern dann werden vielleicht auch andere, sagen wir mal Japaner oder Kanadier sagen, schau, wenn da ein Orangensaftproduzent in Florida sitzt, der zertifiziert ist, dann ist das auch für mich ein Vorteil. Also dann hätten wir vielleicht wieder die Chance, diesen eigentlich sehr wünschenswerten Brüsselseffekt zu generieren. Brüsselseffekt heißt, dass unsere Regulierung auch in anderen Ländern anerkannt wird und übernommen wird. Aber das geht natürlich nur, wenn die Regulierung smart ist. Wenn sie überbürokratisch ist, dann lachen uns die Handelspartner aus. Für mich ist die Lieferkette ein perfektes Beispiel für gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Und so wie du gesagt hast, Eva, ich glaube, die Unternehmer sind sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und wollen die auch wahrnehmen. Aber ist es wirklich die unternehmerische Verantwortung für gesellschaftliche Themen auf der ganzen Welt zuständig zu sein oder ist es eigentlich die Politik, die dafür Rahmenbedingungen setzen müsste? Ich glaube, das, worum es geht in weiterer Folge, ist natürlich, dass wir unsere Unternehmen unterstützen. Was heißt das wirklich, die Lieferkette? Welche Services können wir einerseits in Österreich in Form von Checklisten oder Ähnlichem anbieten, aber natürlich auch über die Außenwirtschaft, weil da haben wir ja in 70 Ländern unsere Büros, die sich in Zukunft mit der Lieferkette sicher mehr auseinandersetzen müssen. Das, worum es aber vor allem geht in Brüssel in Zukunft und mit einem Grund, wieso wir sehr stark auch in Brüssel jetzt investieren. Wie können wir unsere Interessen als österreichische Wirtschaft noch lauter an Mann und Frau, Beamte oder auch Politiker in Brüssel bringen? Es wird ein Haus der österreichischen Wirtschaft geben. Wir werden unsere Interessensvertretung in Brüssel nochmal stärken, weil dieses aus der Wirtschaft, für die Wirtschaft können wir als Wirtschaftskammer durch den Kontakt mit unseren Unternehmen, dass wir dann auch wirklich wissen, was heißt eine Lieferkette in der Praxis und wird das in Zukunft durch auch entsprechende Räumlichkeiten in Brüssel einfach noch lauter Gehör finden wollen und das ist einer der Ansätze, die wir verfolgen werden. Das Thema Wettbewerbsfähigkeit der EU in der Welt ist jetzt schon öfter angesprochen worden und es gibt eine aktuelle Deloitte-Studie, die besagt, dass 41 Prozent der heimischen Industriebetriebe bereits Teil ihrer Wertschöpfungskette außerhalb, also aus Österreich außerhalb die EU ausgelagert haben und weitere Auslagerungen bei vielen Unternehmen in Planung sind, vor allem in die USA und nach Asien. Das werden als Zielländer zunehmend attraktiver. Woran liegt das, Herr Professor? Das liegt häufig an den Kostenstrukturen. Also man kann es sehr schön zeigen beim Thema Energie. Da haben wir einfach in Österreich vor allem, aber auch in anderen EU-Ländern Preisunterschiede zum Faktor 10 beim Thema Gas, beim Thema Strom. Wenn man mit den USA vergleicht, aber auch in Asien, da sind eigentlich die Energieproduktionskosten so hoch wie bei uns. Also Asien ist auch ein Flüssiggasmarkt. Also eigentlich haben die gar keinen genuinen Kostenvorteil, aber da ist dann eher das Problem, dass Energie stark subventioniert wird. Das andere Thema ist sicherlich, dass wir in Europa schneller älter werden als der Rest der Welt. Und das bedeutet, dass Arbeitskräfte knapp werden. Das bedeutet, dass Arbeitskräfte, die man findet, auch älter sind. Ältere Arbeitskräfte sind nicht immer so innovativ wie die Jüngeren. Das ist leider Gottes so. Und auch das zieht österreichische und europäische Unternehmen ins Ausland. Und zwar nicht nur, das ist jetzt neu, nicht nur mit der Herstellung von irgendwelchen Komponenten, sondern auch immer stärker mit F&E-Aktivitäten. Weil das eben sozusagen besonders durch die demografische Lage hier bei uns erschwert wird. Software-Ingenieure kriegt man halt anderswo, wo größere junge Kohorten auf den Arbeitsmarkt kommen, leichter als in Europa. Und das dritte Element, das haben wir ja auch schon ausführlich diskutiert, ist sicherlich, dass es bei uns mehr Hürden gibt als anderswo, um unternehmerisch tätig zu sein. Und mit Hürden meine ich die Bürokratie, aber auch die steuerlichen Voraussetzungen, die Förderlandschaft. Ja, auch überall dort könnte man sagen, Europa verzwergt sich nicht. Wir haben 27 unterschiedliche Regeln, wie Startups gefördert werden. Also auch die Förderlandschaft ist nicht homogenisiert. Wenn Sie in die USA gehen und da in einen Bundesstaat anfangen, haben Sie eine hohe Korrelation jedenfalls der Bedingungen in anderen Bundesstaaten. Aber vielleicht eines noch, die Tatsache, dass österreichische Unternehmen ins Ausland gehen und dort Standorte haben, ist im Prinzip auch sehr positiv. Denn das bedeutet ja eine Diversifizierung. Man hängt nicht nur am einen Standort, sondern man hat mehrere Standorte. Das bedeutet, dass die Unternehmen wachsen können. Wenn sie international wachsen, dann stabilisiert das natürlich auch das Geschäft in Österreich. Sie haben einen größeren Talentpool, aus dem sie schöpfen können. Wenn sie irgendwo im Ausland Arbeitskräfte hat, die kann man dann zum Beispiel als Führungskräfte zurück nach Österreich holen, wenn das notwendig ist. Also wir sollten vor allem nicht so tun, als ob das nur Nachteile hätte. Aber es ist sicher eben auch die Folge von Standortnachteilen, die sich in den letzten Jahren entweder durch politische Zutaten verschärft haben oder eben durch die Demografie, gegen die man leider, muss man halt auch ehrlicherweise sagen, nicht wahnsinnig viel machen kann. Also Sie haben jetzt auch was Positives daran gefunden. Es gibt auch noch einen anderen Sichtpunkt. Manche Kritiker sagen, naja, man muss sich einfach damit abfinden, die europäischen Staaten sind keine Industrienationen mehr. Die sind schon längst Wissensökonomien. Und wenn man sich nicht darauf fokussiert, dann gerät man sowieso ins Hintertreffen. Was sagen Sie dazu? Ja, da ist sicherlich was dran. Überhaupt ist, finde ich, wenn man sehr viel über Industriepolitik spricht, die Gefahr, dass man die Industrie so definiert, wie es in den 50er, 60er Jahren in den Statistikämtern der Welt definiert wurden. Also wenn man an Industrie denkt, dann denkt man an rauchende Schlote und Werkshallen. Aber Dienstleister und Industrieunternehmen wachsen immer stärker ineinander. Eine Maschine, das ist unser Exportgut Nummer eins, also Anlagen und Maschinen in Österreich, da ist sehr häufig mittlerweile die Steuerung das eigentliche wertstiftende Element. Na klar, da gibt es eine Hardware, aber da gibt es eben auch eine Software. Und deswegen ist die Integration von Industrie und Dienstleistungen in den letzten zwei Jahrzehnten sehr wichtig geworden. Was wir brauchen, ist eine Standortpolitik in Europa und in Österreich, die hochwertige Wertschöpfungsteile in Österreich und in Europa sichert. Und das wird immer auch die Industrie sein, bin ich überzeugt. Du hast schon angesprochen, Marianne, die Handelsabkommen. Du hast sowohl erwähnt, wie wichtig die sind. Du hast aber auch am Anfang unseres Gesprächs gesagt, dass sechs von zehn österreichischen Euros direkt oder indirekt im Ausland verdient werden durch Export, durch Handelsbeziehungen mehr als 1,2 Millionen Arbeitsplätze in Österreich hängen am Export. Trotzdem gehört Österreich zu jenen EU-Staaten, wo Freihandelsabkommen traditionell extrem kritisch gesehen werden. Was kann man da entgegenhalten und was können wir dagegen tun? Eines der Hauptthemen, die wir tun können, ist, glaube ich, mit Mythen aufräumen und nicht müde werden, die Fakten zu kommunizieren. So wie du sie gesagt hast, sechs von zehn Euro verdienen wir im Ausland. Wir haben Weltmarktführer, wir haben auch hervorragende Technologie in Österreich, vor allem was grünen und digitalen Wandel auch betrifft. Das, was wir machen müssen, zum Beispiel beim Thema Mercosur, wir könnten, mir ist lieber, wir haben Handelsbeziehungen mit demokratischen Ländern wie mit nicht-demokratischen Ländern. Mir ist lieber, wir sind nicht abhängig von nicht-demokratischen Ländern und Mercosur wäre eine Möglichkeit zu sagen, wir sind dort die Ersten, wir verhandeln dieses Freihandelsabkommen schon seit sehr langer Zeit. Wir haben in diesen Ländern Rohstoffe, die wir in Europa dringend brauchen, für auch den Grünen- und Klimaschutzwandel. Wir reden von Lithium, die es dort gibt, wir reden von seltenen Erden, die es dort gibt und wir könnten damit unsere Abhängigkeit zum Beispiel von China durch so ein Abkommen reduzieren. Wir haben immer die große Sorge, dass die Landwirtschaft darunter leidet. Das ist eins der Themen. Die Umweltstandards, die werden immer als ein großes Thema Abholzung des Regenwaldes. Da wird sicher weniger Regenwald abgeholzt, wenn wir ein Abkommen haben, wäre meine Hypothese. Und eins dieser Mythen, die es zum Beispiel rund um Mercosur immer gibt, das argentinische Rindfleisch wird Europa fluten. Wir reden von 99.000 Tonnen an Quoten, pro Jahr. Wir reden von einer Quote, wo first come, first serve. Also wenn die Franzosen und die Spanier viel Rindfleisch essen, dann kommt in Österreich von dieser Quote dann zollreduziert gar nichts mehr an. Und selbst wenn wir diese 99.000 Tonnen runterbrechen auf die Bevölkerung Europas, dann reden wir von 200 Gramm Rindfleisch pro Person pro Jahr. Das heißt, das ist ein Medikat. Das wird uns zwei vielleicht noch reichen. Ob Ihnen 200 Gramm Rindfleisch als Abendessen reicht, das weiß ich nicht. Es gibt vielleicht noch ein weiteres wichtiges Argument, das jetzt zu den bestehenden Argumenten noch dazugekommen ist. Wir können nicht mehr so darauf bauen, dass die multilaterale Welthandelsordnung funktioniert. Die WTO ist seit zehn Jahren, kann man sagen, in einer existenziellen Krise. Das letzte Treffen der Handelsminister war ein Fiasko. Da gab es Schreiduelle. Es funktioniert die WTO nicht mehr. Das heißt, wenn wir für unsere Wirtschaft und auch für unsere Konsumentinnen und Konsumenten rechtssichere Bedingungen herstellen wollen, dann wird man Verträge schreiben müssen. Es gibt keine Alternative als das Recht, um sozusagen Unsicherheit zu beseitigen und Rechtssicherheit herzustellen. Das war vor zehn Jahren vielleicht noch anders. Da konnte man dann über Klorhühnchen reden und solche Dinge und sich verlassen, dass man mit den USA, mit den WTO-Regeln gut Handel treiben können. Die WTO-Regeln haben wir auch gesehen. Nicht nur Donald Trumps und auch Joe Biden, die haben nicht mehr die Bindungskraft, die sie eigentlich haben sollten. Und daher braucht es auch aus diesen Gründen mehr solche Verträge. Du hast ja vorher schon gesagt, wir wollen lieber Handelsabkommen mit Staaten, die demokratisch sind, als mit undemokratischen. Das Stichwort China ist auch schon gefallen. Wir haben noch keine Folge in diesem Podcast gemacht, ohne über China zu sprechen. Deswegen wollte ich das auch noch ein bisschen vertiefen. Es gibt ja diese Strategie von der Kommissionspräsidentin von der Leyen des De-Riskings. Europa muss schauen, dass es verschiedene Handelsbeziehungen hat, um nicht nur von China und den USA abhängig zu sein. Wird das wirklich gelingen? Oder sagen Sie, es muss gelingen, so wie Sie sagen, Europa muss sich rechnen? Ja, also erstens mal würde ich genau auch da sagen, es muss. Also wir haben auch da nicht wahnsinnig viel Freiheitsgrade. Wir haben gesehen, dass man in der Welt, in der wir heute leben, nicht darauf vertrauen kann, dass Handelspartner in jeder Situation sich an das Welthandelsrecht halten. Und der einzige Schutz, den wir dagegen haben, ist neben sozusagen möglichst hohen rechtlichen Standards eine diversifizierte Lieferantenschaft zu haben und nicht alle Eier in einen Korb zu legen. Deswegen finde ich eigentlich auch das Vokabel De-Risking genau richtig, weil wie in anderen Lebenssituationen, wo man mit Risiko zu tun hat, ist die Antwort darauf, die beste Antwort, das Diversifizieren und nicht der Rückzug aus einem Markt. Das Decoupling, wie die Amerikaner das vorantreiben, ist, finde ich, für uns, gerade auch für uns in Österreich, wo wir doch eine mittelgroße, vielleicht kleine Volkswirtschaft haben, sehr offen, sehr industrie-stark, ist etwas, das sehr teuer wäre. Und wir haben ja Alternativen. Wir sehen auch schon, dass sozusagen die Karawanen sich umorientieren. Es gibt keinen Auszug aus China, aber das Investment ist doch in andere ostasiatische Länder umgeleitet, jedenfalls teilweise. Vietnam, Malaysia, Kambodscha, Indonesien, ganz groß. Auch für Afrika ist das eine große Chance. Es ist ja nicht nur so, dass wir aus eigenem Interesse durch das Diversifizieren Vorteile haben, sondern es kommen auch Lieferländer plötzlich zum Zug, die dringend Entwicklungsschübe bräuchten. Also es ist vielleicht auch für die Welt ganz gut, wenn sich nicht alles nach China orientiert. Da ist vielleicht ein Stichwort, das jetzt noch nicht genannt wurde, ist die Resilienz der europäischen Wirtschaft. Wir haben quasi in den Lieferketten während Covid gesehen, wenn Containerschiffe festhängen, dann können keine Autos in Europa produziert werden. Ich glaube, da diese Schlüsseltechnologien wirklich auch wieder nach Europa zu holen, da in Forschung, Innovation zu investieren, zum Beispiel Mikroelektronik, wo wir in Österreich ja auch große Produktionen haben, da sind sicher Chancen, die man da nützen kann. Forschung und Entwicklung, das Stichwort ist auch schon öfter gefallen. Gehen wir da zu einem ganz wichtigen Thema, der EU-EI-Act. Also damit soll der Einsatz von künstlicher Intelligenz reguliert werden. In diesem Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Innovation, Marianna, positioniert sich da die EU richtig? Ich glaube, beim EI-Act war so wie nicht in der Dimension der Lieferketten, aber doch ähnlich gut gemeint. Das ist dann die Frage, wie ich es mache. Wir müssen da die Balance schaffen zwischen, wir sind jetzt die Ersten auf der Welt, die eine Regulierung für EI versuchen. Das ist positiv. Da richtet sich auch sowohl, also da richtet sich Amerika unter anderem auch den Blick nach Europa. Was tun die Europäer da und warten mit entsprechenden Regulierungen? Also da waren wir wieder mal oder da waren wir die Ersten. Die Frage ist nur, und das gilt es noch zu konkretisieren, wie schaffen wir es trotzdem, Rahmen zu schaffen, die dann Innovation zu ermöglichen? Oder reguliere ich dann wieder so, dass es keine Innovation gibt? Und gerade bei der Artificial Intelligence ist das große Thema, die entwickelt sich so schnell weiter, dass ich einen möglichst breiten Rahmen setzen muss, damit ich mit den Entwicklungen dann auch mitkomme. Ein anderes EU-Vorzeigeprojekt ist der Green Deal. Also die EU hat sich vorgenommen, 2050 klimaneutral zu sein. Auch hier setzt Europa die Standards für die ganze Welt, genauso wie bei der KI-Regulierung. Jetzt die Frage an Sie, Herr Professor, wie kann das gelingen, dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen und auf der anderen Seite aber trotzdem all das, was wir jetzt schon besprochen haben, im internationalen Wettbewerb zu bespielen? Ich habe mein Europabuch genannt, Europa muss sich rechnen. Der Achim Wambach, ein deutscher Kollege am Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, hat ein ähnliches Büchlein geschrieben. Da steht Klima muss sich rechnen. Klimapolitik muss sich rechnen für uns in Europa und wenn sie das tut in Europa, dann wird sie Nachahmer finden in den großen Schwellenländern, wo die Emissionen immer noch stark steigen. Indien zum Beispiel, Indonesien, viele afrikanische Länder. Wenn sich die Klimapolitik nicht rechnet, dann wird sie keinen Nachahmer finden, weil in Ländern, wo das Pro-Kopf-Einkommen vielleicht ein Viertel oder ein Achtel nur ist, des österreichischen Wertes, hat man andere Prioritäten. Da ist die Dekarbonisierung nicht die Priorität Nummer eins und da geht es darum, die Armut zu bekämpfen, den Menschen ein Mindestmaß an Lebensstandard, an sozialer Sicherheit zu geben und damit das sozusagen mit den entwicklungspolitischen Zielen einhergeht, muss sich dieses Klima-Thema rechnen. Das ist etwas, das mir beim europäischen Ansatz immer zu kurz kommt. Wir haben ein Instrument erfunden in Europa, mit dem wir wirklich, glaube ich, innovativ waren, nämlich den europäischen Emissionshandel. Ich sage lieber Cap and Trade zu ihm, weil das Cap wichtig ist. Man beschränkt die Menge an Emissionen, die verfügbar sind, aber wer dann genau wie viel emittieren darf, ob das die Auer darf mit ihren Flugzeugen oder die First oder ich mit meinem Dieselauto, das sollte dann flexibel am Markt entschieden sein. Das ist das Effizientere. Mit solchen Systemen kann sich die Klimapolitik am ehesten rechnen, weil sie nicht so teuer wird. Wenn ich jetzt aber hergehe und sage, das Dieselauto wird verboten und zwar bis, oder Mikroregulierung mache, von der Glühbirne bis zum Staubsauger, dann ist das für das Klima zunächst irrelevant, weil die Emissionsbudgets, die wir uns gegeben haben, die determinieren eben, was wir emittieren dürfen in Europa. Kein Cent, kein Gramm mehr als das, was sozusagen in den Emissionsmengen drinnen steht. Und diese Mikroregulierung, die macht den Umbau sehr häufig einfach nur teurer. Und wenn es zu teuer wird, wird es keine Nachahmer finden. Wenn es keine Nachahmer findet, werden wir in Europa lustig dekarbonisieren mit sehr hohen Kosten und feststellen, die Durchschnittstemperatur auf der Welt steigt weiter. Und die Dürren und Überschwemmungen und Extremereignisse in Österreich werden auch häufiger. Wir hatten dann die Kosten, aber keinen Nutzen. Und dann ist es ein weiteres Element, wo wir die Wettbewerbsfähigkeit Europas damit schwächen. Ich glaube, das, was Sie erwähnt haben, ist vollkommen zutreffend. Vielleicht noch ein Aspekt dazu. Wir kämpfen unglaublich für Themen offene Forschung. Das ist auch dieses Thema da. Wir wissen noch nicht, ist es die Elektromobilität, ist es der Wasserstoff, ist es der Biodiesel, E-Fuels? Welche der Technologien setzt sich durch? Und da wäre es an der Europäischen Union zu sagen, wir machen Forschungsprojekte, wir forcieren diese Forschung. Wir schauen dann ideologisch unbefangen, welche dieser Technologien tatsächlich die energieeffizienteste ist, um unser Ziel, CO2-Reduktion zu erreichen. Aber der Weg dorthin kann doch stärker auch mit der Wirtschaft gestaltet werden. Und das ist, glaube ich, das, worum es geht. Und was mir in der Diskussion auch immer abgeht, ist, wir haben als österreichische Wirtschaft unglaubliche Vorzeigebetriebe in dem Bereich. Green Tech, ein irrsinnig großes Thema für die österreichische Wirtschaft. Neun von zehn Delegationen, die nach Österreich kommen, schauen sich unsere Green Tech-Betriebe an. Und das ist mit der Wirtschaft, kann die Lösung entwickelt werden, aber nicht durch die Politik vorgegeben. Also auch wenn die EU jetzt all das, was sie hier gefordert haben, sie beide besser macht und smarter reguliert und öffentliche Güter schafft und smartere Handelsabkommen hat und all das trotzdem. Wie können wir die Zustimmung der Unionsbürgerinnen und Bürger darüber hinaus noch heben? Also es wird ja jedes halbe Jahr eine große Umfrage gemacht, die Eurobarometer-Umfrage in allen Mitgliedstaaten. Und da werden ganz viele Fragen gestellt. Unter anderem wird aber auch gefragt, was wünschen sich die Menschen von Europa? Was sind eigentlich die Dinge, die sie in Europa gut finden? Und dann kommen da so Dinge zum Vorschein, wie zum Beispiel das Schengen-Abkommen. Also die Tatsache, dass man von einem Land ins andere fahren kann, ohne Personenkontrollen zu haben. Da kommt das Erasmus-Programm und vieles mehr, das wir dann aber, wenn wir in das EU-Budget sehen, dort nicht wiederfinden. Dort wird immer noch die Hälfte des Budgets auf Agrar- und ländlichen Raum verwendet. Ich will nicht sagen verschwendet, ich denke, das ist schon alles richtig, aber das wäre eigentlich besser aufgehoben auf nationaler Ebene, vielleicht sogar auf regionaler Ebene. Es wäre schon sehr gut, wenn man sich in Europa einfach genauer ansieht, was wollen die Leute? Was finden sie in Europa gut? Lass uns das stärken. Ganz weit oben bei den Sorgen der Menschen kommt das Thema Immigration, kommt das Thema Unsicherheit. Und es sollte komplett, finde ich, außer Streit stehen, dass wenn man eine Schengenzone hat, dass die Außengrenzen europäisch gesichert werden müssen. Und das heißt aber auch dann, dass Österreich, das gar keine Außengrenze hat, Geld nach Brüssel überweist, das dann von Brüssel nach Rumänien, nach Bulgarien, nach Griechenland, nach Italien, nach Polen gehen muss, damit dort auch mit unseren Mitteln, vielleicht sogar mit österreichischen Beamten vor Ort, die Grenzen gesichert werden. Das muss man glaubwürdig tun. Da braucht man dann möglicherweise auch immer wieder die Bilder in den Wohnzimmern in der Zeit im Bild 1 oder 2. Und man sieht, ah, schau her, da ist die blaue Fahne mit den zwölf Sternen und da ist vielleicht auch ein deutsch sprechender Offizier dort. Und der sorgt für meine Sicherheit. Marianna, du hast eingangs gesagt, du bist eine glühende Europäerin. Was müssen wir denn tun, damit alle anderen auch so glühende Europäer werden? Ich glaube, durch persönliche Erfahrungen. Ich habe Brüssel kennengelernt, sowohl im Erasmus als auch dann beruflich. Und man muss dieses Brüssel erleben. Man muss erleben, dass man dort tatsächlich mitgestalten kann. Man muss erleben, dass ich nicht in Österreich ein Opfer der Europäischen Union bin, sondern dass ich tatsächlich in Brüssel am Tisch sitze und mitgestalten kann. Und das steht und fällt auch mit einer Kommunikation, dass ich nicht immer nur kommuniziere, was alles Schlechtes aus Brüssel kommt, wie die Glühbirne oder die Gurke, sondern auch, was vielleicht am Guten kommt. Und es ist viel in Österreich auch investiert worden, wo man dann sieht, die Plakette, die Sie angesprochen haben, das ist eigentlich mit Fördermitteln der Europäischen Union finanziert worden. Ich glaube, das, was die Zustimmung für die Europäische Union zusätzlich generieren kann, ist, egal ob der Unternehmer oder der Bürger, was habe ich davon? Und so wie Sie sagen, wie rechnet es sich für mich? Und wenn die Flut gerade der Bürokratie aus Brüssel uneingeschränkt weiter auf uns zurollt, dann wird diese Zustimmung zur Europäischen Union sicher weiterhin schlechter werden. Und ich glaube, das ist eines der großen Themen, die eine neue Kommission dann auch in Angriff nehmen muss. Wie können wir Europa wettbewerbsfähiger machen? Wie können wir Regulierung dort machen, wo sie tatsächlich notwendig und sinnvoll ist? Aber wo können wir auch als Europa stärker in die Welt agieren, um einfach Europa auch als nicht nur ein schönes Europa zu kommunizieren, sondern auch ein erfolgreiches Europa? Gut, ich versuche das mal zusammenzufassen. Also die Wettbewerbsfähigkeit muss an die Spitze der EU-Agenda gesetzt werden. Bürokratie und regularische Belastungen gehören smarter gemacht, nicht unbedingt nur abgebaut, sondern einfach scheiter gemacht. Wir werden unsere Werte nur in die Welt exportieren können, wenn wir ökonomisch damit erfolgreich sind. Das heißt, auch Klimaschutz oder KI-Regulierung müssen sich rechnen, so wie sich die EU rechnen muss. Und das Wichtigste ist aber, um global zu bestehen zu können, dass es eine geeinte, starke Europa braucht, das auch im Inneren die Verbindungen besser hinbekommt, sowohl die physischen als auch die geistigen, und das dann auch noch seine Außengrenzen besser schützt. Habe ich jetzt was vergessen? Wir haben Gott sei Dank nicht über den Euro gesprochen. Das wäre wahrscheinlich eine ganz eigene Sendung wert. Aber das ist natürlich auch noch eine große Baustelle, Fiskalregeln, gemeinsame Währung, wo wir in Europa auch noch einiges an Hausaufgaben haben. Das kann man in Ihrem Buch nachlesen. Gabriel Felbermayr, Europa muss sich rechnen, erschienen im Brandstädter Verlag. Da gibt es auch ein Kapitel zum Thema Währung. Da gibt es auch die Geschichte des Euro nachzulesen. Sehr spannend. Also wir wollen ja auch nicht alles verraten, weil die Leute sollen sich ja auch ihr Buch kaufen. Dann danke ich Ihnen beiden recht herzlich für dieses spannende Gespräch. Dankeschön. Sehr gerne und vielen Dank. Dankeschön. Ja und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge Lookout Außenwirtschaft wieder mit dabei sind. Dann stellen wir die Frage, ist Deutschland noch zu retten? Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie bitte den Kanal Lookout hier auf YouTube. Wirtschaftsstories aus aller Welt, aus erster österreichischer Hand. Aktuell, fundiert, inspirierend. Und damit Sie keine Folge mehr verpassen, aktivieren Sie doch bitte die Glocke.